Neues Spiel, neues Glück. Und ich werde mal Hubert folgen. Der ist glaube ich ziemlich gut. Äh, wartet mal, gibt euch das? Ich glaube, wir haben gute Typen bei uns. Im Team ist ja crazy. Okay, alles klar. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was jetzt abgeht hier. Und der Damage gibt es nicht. Das ist einfach super. Naja, das ist ein Schmarrn. Oh Gott. Oh, whatever. Okay. Ran an den Speck. Meine Damen und Herren, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Übrigens... Hallo. Hi, Leute. Okay, ich bin der Fall. Okay. Ich weiß nicht, ja. Muho Porn. Keine Ahnung. Ich habe übrigens neue, neue, neue Buttons. Ich habe zum Beispiel hier diese süße Ratte. Die in Zukunft immer, wenn ich am Rumratten bin, werde ich die einblenden. Ja. So, dann schauen wir mal hier. Ich mache jetzt in letzter Zeit auch... Ah, das... Enemy Team coming down with us. Elektrobus over there. Ja, so, two times, äh, two guys, sorry. Der Rite einfach auf uns. Oh Gott. Not cool. Der Taze ist übermächtig. Come on, take the fucking thing. Gosh, gosh, gosh. Foldable Shield, what? Okay, passt. Okay, 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 okay. Wir haben jetzt nichts. Fangroze ist nach links. Ach, so muss es sein. Ähm, was machen die Dudes? Warum gehen ich nach links? Passt. Barrel? Hm. Wo ist die neben? Ach, Gott, ach, Gott, ach, Gott. Ich glaube, ich mache das so, ja. Ja. Barrel ist eigentlich doch eigentlich super. QBU? Passt. Easy on Orange. Okay. On Orange. Okay. Isto geht's ein Bloop? Okay. 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 ich muss den voice chatten leise machen und sobald kriegt es der trifft ja gar nichts ich höre nicht ich stehe da wie der letzte mensch er ist an orange knocked ist das nicht auf der leften, auf der righte ist es clean er ist es verlockt, oder? Ja, da muss ein Mann sein. Ja, was ist das? Ja. So, jetzt ist alles klar, oder? Ja, ich denke. Ich habe jemanden 8-Handes-Score. Ja, wenn ich es verstehe? Ja. Wenn du es nicht brauchst... Jetzt habe ich eine Mission... ...dann ich ein... ...dann ich ein... ...dann ich ein... ...englisch als shit. Es war richtig, das erste Mal. Ja, Deutsch ist besser, ja. So, du bist ein Deutsch, ja? Ja. Das war easy to guess. Ich bin auch Deutsch. Es ist so leicht zu erkennen. Es ist so leicht zu erkennen. Das ist ein Fehler, ein Grammatikfehler, den machen nur Deutsche. Ja. Das ist echt kein Liederleben, ne? Aber das sind alle Deutsche, echt? Ja. Ah, witzig. Nein. Das ist toll. Okay, bei Hubbard hätte ich mir das denken können mit dem Namen. Hey, ist eigentlich auch polnisch, ne? Ja. Ich höre... Ich höre ein Auto. Ist der Elektrobus? Ah, okay, alles klar. Oh, ich habe so Panik vor diesem Elektrobus. Das Ding ist so sneaky. Das Ding ist so sneaky. Traumatisiert. Traumatisiert vom Elektrobus. Ich brauche mich auf dem Auto. Ich brauche das Ding mit der Hälfte. Ich brauche das Ding mit der Hälfte. Ich brauche das Ding mit der Hälfte. In der Hand ist es super. Kann sein, Oberritage und Reaktion. Ich kann. Können hier die... Wie jetzt? Ihr vertraut mir ja ganz schön. Jetzt hab ich mir das Pferdebege. Das ist sehr gut. Die Musik von Sack dominan. ...zauw im Osterweck. ...zauw im Osterweck. ...zauw im Osterweck. Ja ich Immer wenn ich voice chat mache meinen Motor aus Das ist das Problem Ich muss meine Keybinds fixen Ich muss meine Keybinds fixen Ich muss meine Keybinds fixen Ich fahr ruhig an Ich muss meine Keybinds fixen Ich muss meine Keybinds fixen Ich muss meine Keybinds fixen Deine Waffe ist unsichtbar. Ja, das ist ein Bug, den sollten wir heute ein Update haben. Das ist schon ziemlich geil. Das ist ein Heck, damit die Gegner nicht wissen was du hast. Können wir machen, ja. Wir haben eine Sneaky-Bus. Wo hinten? Oder wollt ihr den Start machen? Ne, passt. Oh, da oben da links ist ein Frott, auf jeden Fall, da könnten Leute sein. Oh, da. Oh, da oben da oben da oben da oben. pushen nach links von oben aus mit ich würde mich jetzt hier nicht verschießen auto da hinten irgendwann marken ja dann müssen wir gleich vorbei diesmal fahre ich nicht leute ich füge das auto jedes mal ab wenn ich den boys chat mache ich kann das überhaupt nicht machen da muss Klos hier sein direkt vor mir die aus der stadt können die aus der stadt können auch dahinter ja 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 ich wollte nicht weg ich wollte nur bissen Schutz bieten blau sollte ganz gut gehen ne noch einer ja ja er muss er muss auch noch freunde haben weiter recht sein er muss weiter recht sein um rechts habe ich noch nicht mehr smoke Soak, was er? Soak, was er? War er neu dann, oder? Lass ihn nicht. Aurel zu sein. Sehr schön. Das sind Leute close, die werfen Granaten. Grüne Marker. Komplettes Team, kommt da. Knock. Na, jetzt sehe ich nichts mehr. Blaue Sonne. Was ist denn mit Süden? Ja, schmeiß mal. Verdammt, da wäre er. Hier ist noch eh mal close. Ich glaube, bei meiner Marke müsste nur einer sein, da habe ich zumindest gehört. Komm ein bisschen hin. Das sind nur noch beide. Nice. Es sind an meinem Marker und beide an dem Hinterbaum. Ja. Einer auf blau auf jeden Fall. Boah, ich habe ihn dreimal getroffen gerade. Die Zone irgendwie. Die Zone irgendwie. Nur noch blau, nur noch blau. Nur noch blaue Marker. Sehr gut. Nice. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Subscribe da, falls es euch gefallen hat. Kommt auch gerne zu mir in den Discord. Dann können wir uns mal unterhalten, können wir gemeinsam eine Runde zocken und ihr könnt auch mal in so einem Video mitspielen, falls es euch Spaß macht. Und ihr könnt auch gerne dem DoD Clan beitreten. Auch da gibt es weitere Infos im Discord. Oder schreibt mir eine Anfrage direkt in-game DoD Clan Dudes on Demand. Mein Name in-game ist Reskzack, so wie es jetzt hier auch da geschrieben steht. Einfach Anfrage schreiben und dann kriegen wir alles eingetütet. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.